Für Rosen ist jetzt noch ideale Pflanzzeit. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Getopfte Rosen im Container sind die teuerste. Preisgünstige Wurzelnackte Pflanzen werden noch bis Ende April angeboten. Dafür geeignet sind alle Rosentypen, die hier im Sand eingeschlagen kühl lagern. Wichtig dafür ist der Pflanzschnitt. Das frische Grün wird immer oberhalb eines nach außen zeigenden Austriebsauges entfernt. Priorität hat das Wachstum der feinen Haarwurzeln. Auch im Wurzelbereich wird frisch angeschnitten. Dann so schnell wie möglich einsetzen. Das Pflanzloch muss so tief sein, dass die Veredelungsstelle zwei Finger hoch mit Erde bedeckt ist. Dafür müssen die Wurzeln gut eingeschlemmt werden.